Ich bin Trader, ich habe den Shopkeeper getötet, den Typen hier im Shop. Ah, ich weiß, welchen du meinst. Übrigens auf der Map eben fand ich es komisch, dass eigentlich ist im Pool ein Hai, den man mit Shader mit B explodieren lassen kann. Ja, richtig, oder war nix, ne? Richtig. Ich war leider nicht Schwerter hier, wenn ich mich gefunden habe, aber hey, wird bestimmt da ist, ich war leider gerade kein Schwerter. All die Map ist gar nicht so scheiße, was hier mit den Weihnachtsdeko gibt es ja auch noch normal ohne Weihnachtsdeko, die gibt es ja auch noch ohne Weihnachtsdeko, die gibt es ja auch noch normal ohne Weihnachtsdeko. Vor allem, jetzt hast du nicht einen riesigen Gang, wo du einfach nur durchballern kannst. Ach komm, Schüttel. Hab's geschafft. Wow. Dingens. Was? Spectator. Ach, Nico. Ja, sag mal, wo du siehst. Felix schießt. Felix schießt. Ja, ich auch. Hallo, Lud. Eigentlich. Die Lampe ist auch ganz schön gut an der Wand befestigt. Aber eigentlich. Wow. Das sind ganz schön stabile Halogenröhren. Ja, okay. Sehr gut. Halten Schüsse aus, ne? Mhm. Von der Sniper. Merry Christmas habe ich gerade Money Christmas gelesen. Bei dir machst du das. Da, genau. Ja, Merry Christmas. Ja. Merry Christmas, ja. Das sind alle, wo ich bin, Mann. Ihr habt das erste Mal gespielt. Oh, ich bin Mörder und... Ich gehe nicht auf die Scheißgeschenke drauf, die töten dann nur. Das war ich nur auf der anderen Map. Am Arsch. Alter. Also bekomme ich auch mal ne Tür geschenkt. Ernsthaft? Warum? Ich war weit genug weg? Na halt nicht. Ich dachte, dass das Ding wegfliegt ist... Ich dachte, dass das Ding wegfliegt ist... In der Tür oder nicht? Ja, ich bin zurückgelaufen. Oh, ich habe ein 100er dringend. Na gut. Eigentlich dachte, dass das Ding wegfliegt, ich mache schnell die Tür zu und dann geht es hoch. Aber... Natürlich nicht. Oh, hi. Na du? Oh. Ich wollte hier kurz... Du hast nicht gesagt, dass das Ding direkt hoch geht. Arschloch. Wunderschöner Tannenbaum. Ähm. Maxi, lebst du noch? Maxi? Felix, du Arsch. Wer los? Ei. Äh. Immer diese Traitor heutzutage. Ähm. Ich weiß nicht mit der Schrotz, ob der Map so gut ist. Nein, nicht fast verabschieden, was so dumme Idee. Boah, Mann. Arschloch. Achto, ich weiß, wer Traitor ist im... Oh, Mann. Drei. 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 Was? Ja, Maxi ist Traitor. Er ist in den Traitorraum reingegangen und hier draußen liegt ne Leiche von ihm. Ich war echt fest der Meinung, dass du Traitor bist, Felix. Was? Ich war echt fest der Meinung, dass du Traitor bist. Weil Maxi ja nicht so erwartet hat. Nein, Maxi hat hier drüben die Kaffeterie angezündet, hat dann da vorne, also ein Stück weit da rechts ne Leiche hingelegt und ich hab ihn dann in den Traitorraum laufen sehen und hab ihn erstmal angeschossen. Ja, gut. Wo ist denn der Traitorraum? Nein, nein, weil ich hab gesehen, wie du hinten reingegangen bist. Du warst ganz hinten. Das heißt, der, der die Traitor von da aktiviert hat, muss es sein. Ja, das ist ein netter Versuch, aber ich geh einfach weg. Tada. Ja, ja, er ist da hinten drin. Ja. Lauf weg. Da links liegt eine kleine Leiche, gerade auch durch ist er. Okay, liegt ein Blut. Ja. Und da ist die andere Leiche. Boah. Da guck. Ja, ist ja gut. Ist so ein Scheiß. Du solltest keine Türen benutzen, die hört man. Wo? Ja, ist ja gut. Ja. Ja, wie soll man ohne Türen da durchgehen? Das war der exklusive Leiche von Maxi. Aua. Ja, ich hab gehofft, dass ihr die nicht confirmt. Hab mich gerade. Ich hab die noch nicht confirmt. Ja, irgendwie war das anscheinend ein bisschen verpackt. Ich war mega hart für mich. Ich so, hä, warum die geht dann Maxi ist Leiche? Ich so, hä, ist das doch, das fehl ich jetzt doch Traitor? So, ne, kann nicht sein. Ich würde mir nicht zeigen. Ja. Ich glaub, dass du das nicht denkst, Matze. Ich dachte, es ist doch, ein Fächer ist nicht das scheiß Leiche zeigen, das war richtig dumm. Ja, doch nicht abzulenken. Theoretisch. Ja, ich hab's mal so probiert. Es hat nicht so gut geklappt, wie ich mir vorgestellt hab. Irgendwie wurde ich beobachtet. Hehehehe. Du hast nicht schon ganz gut klappen können. Warte mal dann heute. Oh, Junge! Alter! Hier ist Selbstbedienung, aber was ich selbst... Dreckliche Tüter töten. Das ist echt nicht. Das ist echt nicht. Blöd von der Seite angemacht. Taschenlober auf F? Ja, gibt's. Äh. Ne, ist ja nur Scheiße drin. Ich wollte sagen, das ist ja echt nur... Komm schon, ich brauche eine gute Waffe, ich werde Trader. Oh. Ah, hier ist die FZ. Ja, da, da. Ich hab's ja nem Professor gerade gefunden. Ja, schon will ich den Ruhig. In some coming. Boom, Junge. Der ist nicht da am anderen Ende des Raumes. Ich hab die Wand und angemalt. Äh, willst du nicht hier die Schrott haben? Was? Äh, ja. Boah. Äh, wo ist die Schrottse? Hier. Wieder in den Raum rein. Ja, ja. Den Raum rein. Wo denn? Hallo, hier. Ah ja, Frau Nico den nimmt, ne? Hi Nico. Wartest du nur ne Shorty? Ach scheiße, ist mein richtiger. Du viel laufen Nico. Wollte nur gefragt haben. Wär schon gut, na durch. Entschuldigung. Hallo, wer ist da? Ja. Hi. Hey Maxi. Hey Maxi. Äh, Maxi. Wollte grad sagen, hä? Ja, Maxi war. Na Maxi? Maxi, ja. Ah, gut. Ja. Ähm. Ganz gefährlich. Na egal. Tja. Es ist echt ein haltbarer Computer. Ja. Ein wasbarer Computer? Ja. Ja. Ja, der hier in der Einlandzahlle steht am Tresen. Da hab ich grad eben mal so vier Schüsse drauf gejagt. Und da ist noch kein einziges Loch drin. Also. Echt ne gute Hülle, die hätt ich auch gehören. Ja, probier's doch bei deinem echten mal aus, ob's da auch ist. Na. Ich glaub schon. Lass ich lieber, da ist mir zu viel Glas an der Seite dran. Alles klar, Alter. Geschenke explodieren anscheinend, wenn man fast in der Nähe abschießt. Katze, das hab ich gesehen. Fuck. Warum machst du mir in dem Winter? Fick dich. Wo ist er? Äh, er ist in dem Shop drin. Nein. In dem Shop? Ah, okay. Ja, da wo die... Okay. Äh, Maxi liegt vor dem Essens-Ding. Wurde mit irgendwas hell-leuchtendem... Beschlossen. Okay. Ich komme. Vor dem Shop, vor dem Shop. Ja, dann da, okay. Ja, ganz geradeaus. Ganz einmal durch. Da. Nein, 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 komm nochmal raus. Okay. Jetzt nach rechts drehen und ganz geradeaus durch. Bis beinahe hinten an die Wand. Da, wahrscheinlich. Da ist er also drin. Ne, ja, noch ein Stück, noch ein Stück. Jetzt rechts, Achtung, in den beiden Türen. Irgendwo da. Okay. Einfach von der anderen Seite. Fick nicht! Ich dachte erst, okay. Fronttür, da konnte er 100% von der Fronttür. Aber man hatte irgendwas mit rechts, rechts und links. Ich so, fuck, der kommt von der anderen Seite. Bin da hingegangen, gepliziert und sterbe. Das ist nicht euer Ernst. Übrigens, ich lag direkt vom Schalter, ne? Ja, meinst ja. Au, 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 warte mal. Ich probiere das. Ich wollte eigentlich als Feuerdick aktivieren. Ich dachte, das wäre nirgendwo gewesen. Ey, ich dachte, das wäre der einzige Raum. Ich hab doch Radar gehabt. Scheiße. Habe ich nicht gemerkt, dass du da warst. Darf man das Radar benutzen? Ja, klar. Klar, alles. Weil irgendwann hatten wir mal eine Runde, wo man das dann, wo wir dann gesagt haben, darf man nicht benutzen. Was, warum? Wir hätten mal eine Runde gehabt, kann sein. Aber eigentlich kann man Benutzung. Ich kann mich nicht daran erinnern. Das ist auch so eine große Welt, voll nützlich. Ja, wir haben zwei. Von die beiden, wo die ganzen Leute sind. Darf ich dann durch, wie die Waffe haben, Mann. Oh, oh, hi, hi, Jungs. Ich würde sagen... Alter, ey, das ist doch alles, ja, oder? Ja, ne? Richtig, nur halt mit dem Teleporter, ne? Ah, das, das ist einfach. Den Teleporter halt, äh... Nur wenn der andere nicht safe tot ist. Hm. Er war keine gute Tore-Runde von mir. Vor allem, ich dachte, okay, ich heil mich vielleicht, aber wenn Daniel da reinkommt, dann fällt das scheiße. Weißt du was? Ich bring mich selbst um. Ich steh's, komm. Ich bring mich mit dieser Waffe selbst um. Cool. Du hast die Klassmergun? Äh... Die Wellgun, ja. Ja Wellgun. Okay. Nicht zu dauernd durchhalten, sonst bist du dauernd. Mhm. Und Daniel drüchten, nur mehr Schaden macht's aber auch, also. Ja. Glücksspiel, ne? Glücksspiel, ne? Glücksspiel, kannst du dich machen. Hallo. Was für dich, aber ich hab ein Weihnachtsgeschenk für dich. Ja, ja, hier. Warte. 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 Hallo. Na komm. Warte kurz, ich mach auch mal kurz, äh, hier. Da ist er. Ich vertraue dich auch immer. Wie kann ich ihn noch aufheben? So, ne? Was? Ja. Oh fuck. Nein. Zählt nicht. Ja. Und die rollt? Daneben. Lame. Endlich dann kaputt machen. Hallo nein, Felix. Du hast getroffen. Da. Getroffen. Was ist das für ein Bug? Das ist echt, ey. Erstmal, ich hab den Bug schieben. So, ich hab doch voll hier getroffen gehabt. Fick dich. So. Ich treff das. Ich treff das. Komm, wir sind gleich tot. Weil ein Waxi kommt. Klar. Als ob ich hier so gut in G-Mod wäre, dass ich euch hier alle umbringe, wenn ihr alle da seid. Ja klar, Junge. Irgendwas soll das Kaboom machen, ne? Ja. Der kann mal hoch. Krass. Äh. Wollte was sagen? Hier ist ohne Plasma. Ja. Ja. Äh. Was für leuchtet die Rhaiga bei dir? So lila? Also so Technikuren falsch? Nö. Mit nem Shop? Achso. Nein? Also die ist komplett dunkel. Die ist komplett dunkel, ja. Ja. Ich mein damit den Waffenshop. Ja genau. Ich dachte erst, hä? Was ist für ein Tradershop? Ich bin im Shop? Ja, ja. Okay. Bam. Totes. Hier noch für Waffen, die sind alle Kacke. Hier von denen. Tja. Weiß nicht. Na du. Na na. Hier ist ein schöner Raum. Ja, ein Trader-Tester. Die werden nicht benutzen und nicht benutzen. Oh. Dieser Trader-Tester? Ja, der ist irgendwo dahinten im Bereich. Ja, der ist irgendwo dahinten im Bereich. Ja, aus Geschenken gebaut, Frau Lustig. Ja, was macht der? Was? Ja, er tut den Trader-Testen. Achso. Ach, stimmt. Das Ding. Wenn der Trader reingeht, ist er auch keine Ahnung was. Vielleicht löscht irgendwas oder der Trader stirbt, was auch immer. Nd. Also ich bin eben rein und dann und ist nichts passiert. Wir müssen den ja nicht, weil das ist doof. Ich mach auch schon drin, da ist auch nichts passiert. Ja, ich auch, ich auch. Hört ihr eigentlich das Piepen von der Railgun? Ich hab's Piepsen gehört, ja. Ja, ich hab's auch gehört. Ich dachte, da wäre ein Geschenk explodiert mal wieder. Ja, nee, das war ich mit der Railgun. Ja, der zugehalte Leute rum. Der Suizid-Gefährdete. Mit der Railgun. Ja. Absolut. Der schießt. Ey. Ja, ich hab grad so Wissenschaftler erschossen. Ich hab's rausgefunden. Nee, ich mag die mal fiecher, die Schauer. Nicht geil. Ui, jo. Alter. Da geht so ein Strahl an mir vorbei. Jo. Oh. Hat fast mich der Nico getroffen. Ja, zwischen uns du es. Hallo. Hi. Ich hab kurz gesehen. Entschuldigung. Ja, äh, Nico war im Shop drin. Das war knapp. Haben wir die Bogen nicht? Kugeln abschließen? Also nicht Kugeln, Kegeln, die schon abschließen. Alter. Ja, also ich hab hier ganz confirm alle abgeräumt. So. Ganz regel schon vor. Gut, dass du dich nicht nebendrein geschossen hast, weil da stand ich hinter den Kegeln. Echt? Ist ja ungünstig, ja. Ist ja ungünstig gewesen. Mal gucken, ob er da durchkommt. Und dann. Warum wird neben mir alles abgeballert, hatte ich so, hm, 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 gut aus nicht meine Kameras? Hm, hm. Hm, hm. Ja, schade kann man nicht. Hm, hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Ich hab noch die Frage, wer ist es. Ja, ich würd' sagen, Nico. Nico, was weiß ich nicht mehr. Ja, stimmt. Also ich würd' sagen, wer auch immer ist, lächst dich, wie es sich zahlt. Das ist? Letzt auf der anderen Map. Nein, drei Runden sind's noch. Von der Map jetzt hier. Ja, das meinst. Ja, Nico. Ich hab mich ja immer gut versteckt. Letzt auf der anderen Map. War ich doch ein Trailer. Achso, das mal zu. Ja, kann sein. Ich war erst einmal. Von der Altmap war der nicht. Auf der Schwimmbadmap war ich. Keine Ahnung. Das ist jetzt mal Twitter. Hm, glatt am Anfang, wo noch alle connected sind. Und hier dann auch noch nicht. Doch auch einmal stimmt. Scheiße. Ach, Mann. Ja, Mann. Fick dich. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder du gehst und lässt mich da in meiner Ecke alleine und sagt dir dann nix. Oder ich verschiefe dich. Ich sag nix. Danke. Ich räume mich stattdessen ein paar Tädeln ab. Ich dachte grad, du schießt auf mich. Was? Nein. Ich hab mal wieder hier alle Kegel abgeräumt. Natürlich in einem Wurf. Könntest du das bitte lass ich Krieg Panik. Du bist etwa hinter der Kegel und versteckt, Felix. Wie ich eben von war und so. Ich lass das jetzt mal. Ich hab nämlich sonst keine Munition mehr. Wahrscheinlich ist so ein Ding noch nicht umgefallen, da sitzt Felix dahinter. Nein. Nein? Da steht woanders. Wenn ich sah, dann bin ich tot. Ja. Ah, cool. Wenn es mir nicht sagt, bist du tot. Und jetzt? Warte, du brauchst gar langsam viel auf Matze. Okay. Ich weiß das ja irgendwo ist. Incendiary irgendwo. Kann man da hoch? Also als Tipp gebe ich mal Geschenke. Die gibt's überall. Alter! Und eigentlich war das ein ziemlich guter Tipp. Ne? Ja. Ja, Geschenke hab ich eben auch schon gehört. Aber wenn die Täter sind keine Geschenke, oder? Also er ist auf jeden Fall bei den Fenden dabei. Hallo. 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 Warte, ich hab was gesagt. Du bist Traitor. Dann mach das ruhig. Ne, egal. Alter, hau ab! Hau ab! Junge! Nein! Nein! So drei Minuten Zeit hat der Traitor noch. Naja, ausreichend Zeit. Der die das Traitor. Ja, lass ich euch mal so viel Zeit. Hm, wer könnte Traitor sein? Die könnte euch mal recht schnell. Bei Maxi kann ich nicht einschließen, bei Felix auch nicht so mega hart. Also ich... Ich glaub Felix, machst du das nicht schon mal recht viel Zeit, oder? Also... Au! Ich... Ich nutze auf jeden... Ich mach auf jeden Fall immer das mit dem Bumerang. Hm. Ja... Okay, ich koch mir schon mal den Bumerang. Okay. Gut zu wissen. Ich find den Bumerang echt ganz nützlich. Oh. Was machst du denn da dafür? Da ist Nico. Gut. Darf ich dich abschließen noch, Fredda? Äh... Nein. Ich wollt grad sagen, ja, aber es ist doch riskant. Hm, hm, hm. Noch zwei Minuten, dann muss der Traitor noch aufmachen, ne? Also mich stolz jetzt nicht. Zwei Minuten haben wir gewonnen, wir noch. Also... Gott dem Scheiße, wenn die Runden so lange dauern. Ah, Alter! Ich lasse mir die anderen hier oben! Fick dich! Ich freu mich, dass du hier Kingcampen! Pisst hier! Geh weg! Ja, warte. Alter! Hey, genau! Die Idee, das mach ich jetzt auch. Warte. Ja. Du hast ihn noch nicht gewinnen. Warte, Achtung! Alter! Hi! Hi! Hahahaha! Auch im Schatten versteckt, geil! Gleich Idee wie ich. Ja, das hatte ich die letzten zwei Runden gemacht, um jedes Mal den Traitor entdeckst. Ja, vor allem, man sieht halt hier halt echt nicht, ne? Das ist krass. Deswegen hab ich ja... Was denkst du, warum ich gefragt hab, ob die Grailgun so dunkel ist? Hm. Oh, lol. Ja, okay. Warte, 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 warte! Ja, ja! Komm, es liegt! Komm, komm, komm! Gib mir Traitor-Item! Komm her! Ja, ja, warte, warte, warte! Hier, Traitor, Achtung! Da! Traitor, Achtung! Traitor, Achtung! Da! Oh! Hell! Hallo! Glück! Weißt du, ich glaube, du bist ein tolles Traitor, und das war so geil! Das wär so geil, der ist wirklich Traitor, wer heißt hier gegeben? Das ist dann gekillt oder so. Oder Diko gekillt. Ich bin, ich bin jetzt echt mal in 50 bis 70 Stunden nur spannend, der Traitor war. Weil er sich so lange Zeit gelassen hat. Das stimmt. Irgendwer muss sich ja grad nicht eilig haben. Wenn du jetzt Felix sagst, dann bin ich eh tot als erstes. Wollte grad sagen, wenn ich gewesen wäre, dann hätt ich Matzi schon lange erschossen, weil du wusstest ja nicht, wo ich war gerade eben. Und ich glaube, die Dragon macht genug Schaden, obwohl... Ich glaub, das ist... Warte mal, wie viel Kameran hab ich? Ja, Niko oder Matzi schon. Äh, Niko Matzi. Matzi ist Traitor. In den letzten drei Sekunden erschieße ich die Spielregler mit drei Schüssen. Also, du lebst ja auf, machst mehr Schaden. Ähm... Nein. Ja, so... Nein. Wie war denn? Noch 60 Sekunden, also jetzt muss der Traitor loslegen. Also jetzt muss er einfach zu ballern, ja? Alle sind in dem fucking Raum. Also jetzt... Dreh einfach einen riesen Kaboom an der Korte. Ey! Alter, was? Du hast mich ja abgeschlossen. Ich hab dich nicht abgeschlossen. Du hast dich als Schüssen. Doch, und du wartest. Äh, ich hab dich nicht abgeschossen. Fährt das Leben weg. Wow, mit drei Schüssen. WTF? Wie, wer war es dann? Doch, du warst du, älter. Ähm... Ja, aber ich hab dich doch nicht abgeschossen. Auf jeden Fall haben Schüsse und hab ich nicht abgeschossen, weil ich... Was hast du vorher gehabt, Niko? Nix. Ich hab keinen Plan gehabt, ey. Ich hab auch zu 90%... Ja, 90% daran hab ich nicht... Ich bin irgendwo... Also, ich war die ganze Zeit alleine. Ja, ich hab auch mal mal rumgelaufen. Ich hab' nicht gesehen, Felix. Nix. Ja, genau. Toll. Wollte ich dir grad sagen. Ich bin auch mal mal rumgelaufen, hab' dann Leute getroffen. Zum großen Teil Maxi und Felix die ganze Zeit. Ja, richtig. Und dadurch kann man eigentlich super schwer nur kehlen. Das war lustig. Das wollte ich nämlich grad sagen. Ich bin die ganze Zeit alleine rumgelaufen, bis mich dann irgendwie jemand wieder gefunden hat. Ich hab' mich grad aufgeholt. Ich hab' mich grad' in den großen Raum aufgehalten. Ich hab' mich grad' in den großen Raum aufgehalten. Ich hab' mich für die Hälfte der Zeit vom Sprecherraum aufgehalten. Aber der grad? Fresse, alter. Ich hab' mir hierhin gestellt, da stand der Blow-Up-Presence. Hab' ich's einfach draufgeklickt und er sah wahrscheinlich direkt vor mir. Wow. Nein, ich soll ernst, oder? Geil. Doch. Blow-Up-Wizard. Okay, boom. Toll. Da hast'n roter Klopf, ich drück' dir mal, ne? Ja. So ungefähr. Aber immerhin, das war erstmal ne kurze Runde nach der langen eben. Wow. Ein bisschen zu kurze, würd' ich sogar sagen. Letzte Runde, oder? Ja, letzte Runde auf dem Web. Gott. Ja, also, ich, ich hab' einfach nur kein Boot. Optimate, deshalb. Das ist ein Raving Gun. Ich will's auch nochmal Torhüter werden, was soll das denn sein? Ich will keine Raving Gun. Ich bin jetzt ein nötiges Sniper. Oh, ist das ein Sniper? Was ist das? Also, ich würd's gerne nochmal probieren. Ist doch wenigstens halbwegs vernünftig aus. Ich nur, wenn ihr nicht zusammen rumlauft. Oder ich versteck's. Cool. Mach mich nicht so doof von der Seite an. Gönn dir. Alter. Wup, 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 wup. Haha. Au, 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 au. Wer ist offen? Was? Monster was? Was? Ey, was? Was war ich? Was war ich? Wird hier Geschenke explodiert? Ich, ich wurde von dir angeschossen. Oder irgendwas? Du wurdest nicht von mir angeschossen? Ich hab gerade auf Maxi geguckt. Ich hab 90 HP verloren, du warst eigentlich hinter mir. Hä? Ich hab auf Maxi geguckt, der im Shop stand. What the fuck? Kann das gar nicht gewesen sein. Nein, du musst auf mich geschossen. Ich hab nur noch 10 HP. Ja, das ist schlecht für dich, aber ich kann nicht auf dich geschossen haben. What the fuck, Alter. Nein. Nein. Das stimmt. Er war im Shop. Du warst auch im Shop. Das kannst nur du gewesen sein. Wow. Ja, und ich hab Maxi angeguckt. Mhm. Und dann hab ich dich auf dich geschossen. Ich weiß noch nicht mal, wo du warst. Aua! Aua! Hi! Junge! Fick dich! Alter! Wer hat noch 20 Läden? Wer war das? Fick dich! Wo bist du denn? Ja, oben auf dem schwarzen Ding hab ich mich versteckt und geguckt. Wer, wer, die steht da vor mir? Oh. Äh, Maxi, Maxi ist zu mir gelaufen. Das heißt, Fähig dann neben mir? Ja, hab ich wohl Fähig getötet, weil der halt direkt vor mir Schaden gemacht hat. Ich hab noch 20 Leben. Oh je. Und Fähig ist bald inno. What the fuck? Nur Info, Felix, ich hab nicht auf dich geschossen. Jetzt echt nicht. Ich war nicht gewesen. Und, das geht nicht. Alter. Ja. Okay. Steht noch. Alles gut. Äh, Maxi. Ja, scheiße. Hör doch ein Ei. Ach. Wo bist du, Maxi? Ich bin hier bei den Bowling-Bahnen. Und laufe gerade hier vor den Bowling-Bahn. Ja, hier bin ich auch noch. Nico, kann es sein, dass du nochmal Traitor bist. Nee. Aber ich mein, ja, okay, Felix hat durch irgendwas Schaden bekommen. Ja, ich teste was. Mach ruhig. Was? Ach du Wichser. Du bist doch... Fick dich, Alter. Ich wollte gerade ausreden, dass Maxi nicht tötest, weil ich bin, äh, nicht bereit dafür. Ach, finde ich so sehr. Ja. Felix, ich schwöre, ich hab nicht auf dich geschossen. Echt nicht. Aber auch wenn ich schwörter jetzt bin, ich hab nicht auf dich geschossen. Hä? Echt nicht? Ja, echt nicht. Deswegen ist es mega scheiße, weil ich eigentlich was vorhatte, was ich jetzt nicht mehr machen kann. Das ist jetzt echt scheiße. Ja, ich bin... Ich dachte heute, komm, versteck dich da oben. Äh, hoffentlich kommt da keiner hoch. Weh denn, wie du da hockst. Denk mir nur so einen Moment. Wenn Nico nicht war, wenn er ihn wirklich angeguckt hat, muss es ja der Matze gewesen sein, von hier oben. Die Frage ist dann, ob Maxi, hast du neben Felix angeschossen? Weil, kannst du ja nicht. Nein, Nico, das warst du. Ich war das doch nicht. Wer soll's denn sonst gewesen sein? Ich bin hier aber nicht. Dann muss es Maxi gewesen sein, weil ich war's halt echt nicht. Weißt du, ich hab hier oben schön hingesch... Nee, aber ich hab auf Maxi geguckt. Also ich wollte Felix töten dann. Ja? Das ist richtig. Weil ich hab oben gekämmt und mit der Sniper halt dann da, ne? Und so, und wollte Leute abwechseln. Mussten dunklen Ecken. Aber hab halt nicht einmal geschossen. Außer, wo halt Felix auf mich geschossen hat. Da dann schon. Aber Maxi kann's auch nicht gewesen sein, weil ich... Oder du hast natürlich irgendein andere Schaden bekommen. Wer weiß vielleicht irgendwann irgendwas... Weil da sind Funken geflogen. Ich hab's ja gar gesehen, aber ich wusste nicht von wo. Es hätte nicht können Schüsse sein, es kann auch was anderes sein. Jemand eine Granate geworfen? Ja, ich nicht. Ich suche Nico, ja. Also... Keine Ahnung. Ich hab so ein kleines Problem gehabt. Ich weiß, wo du bist. Oh fuck. Ähm... Ich würde nie in dem großen Raum verlassen. Felix, standest du in diesem Shop, der brennen kann, wo die eine Person steht? Nein, nein. Ich stand weiter rechts, da wo dieser große Eingangsfalle ist. Da siehst du sogar den... Man sieht sogar hier einen Blutfleck. Wo ich dann halt langgelaufen bin. Also da, wo die... Toiletten sind. Genau. Vor den Toiletten. Okay. Ja gut, da hat Maxi hingeguckt. Aber... Er hat nicht geschossen gehabt. Nein, 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 nein. Ich war ja nicht in dem Raum, ich war noch in der großen Halle. Vor den Raum. Ah, okay. Was heißt da, wo du jetzt gerade aus... Ich weiß nicht, wo du meinst, ja. Was da wo gerade gerade ausläuft? Wo ist das? In dem Baum. Nee. Ich war neben dem... Da links im Baum. Irgendwo. Und sowas. Irgendwo da oben. Was ist das denn für ein Bug? Warte ja jetzt über dir, ne? Nö. Das weiß ich nicht. Danke, dass du mich verrätst. Äh, ich habe gerade einen Bug, Leute. Oder nicht? Wir reden nicht mal ansatzweise beieinander, aber okay. Wie? Ich jetzt? Ich habe Nico aber eben gehört. Guck mal anmerken. Ich glaube, er hat eben ne Tür zugemacht, wo ich... Also... Ist schon ein bisschen her, aber... Da stand ich dem vor. Was hat er denn dann wie getan? Ich weiß es nicht. Vor allem einfach 90 HP, dick. Einfach nur so. 10 HP. Gib ihm. Ich hatte halt gerade einen Bug gehabt. Das ist wirklich falsch. Also... Ich weiß, was das war. Das Game hat sich gesagt. Ah, die anderen sind so schlecht. Komm, wir regulieren es mal so, dass es fair ist. Echt? Ey, Mats, jetzt... Nein, komm mal her, bitte, dass ich dich töten kann. Ich kämp' hier rum. Ich warte, bis du kommst. Also kämpfst du nicht rum. Oh shit. Das ist ein ganz gefährliches Pflaster. Der Bumerang liegt noch da. Der liegt da. Ich komme zurück. Wow. Fuck. Ich bin der Scheiß-Sniper, Alter. Ich hätte eine Waffe nehmen sollen. Mein Problem war, ich hatte... Ich war hinten in den Kegener auf mich versteckt, weil ich hatte keine Waffe gehabt. Ich so, okay. Nimm den Bumerang, ja? Nö. Und... Ich wollte den Bumerang auswählen. Und er hat mich vorher geheilt, weil ich fast tot war, ne? Und er hat immer wieder die Flasche genommen und getrunken. Statt den Bumerang auszuwählen. Also, statt zwar Bumerang, aber er hat die Flasche genommen und getrunken. Ich so, was ist das für ein Scheiß, Alter? Leider. Jetzt dachte ich grad, okay, scheiße, ja, da ist Nico. Jetzt renne ich hier weiter, weil er schon als Fässer sind. Ne? Aber, äh, naja. Äh... Ich wollte eigentlich aufs Fass schießen. Ich wollte halt von den Fässern weg. Ich wusste nicht, dass du von vorne kommst. Und dachte mir, okay, ich wollte ganz schnell die Sniper loswerden, weil die bringt hier nichts. Oder halt auf langen Gang schießen. Das hab ich dann erst gedacht. Ja, kacke, aber... Nee, war echt nicht so gut. Aber... Wodurch hat Felix Schaden bekommen? Ich habe nicht auf Felix geschossen. Ich weiß jetzt auch nicht. Keine Ahnung, weil vielleicht dann... Dann wahrscheinlich durch die Map... Aber ich kann's dir nicht alle vorstellen. Äh, ja, Aufnahme. Du kannst doch gerne den Aufnahmen anschauen. Ja, können wir. Theoretisch. Ja, weil ich hab mich umgedreht. Hab geguckt. War der Nico. Nico hat mich angeguckt. Hab mich umgedreht. Neunzig an. Dreh mich wieder. Nico guckt. Dreht sich gerade weg von mir.